So, und jetzt habe ich nochmal ein Duo für Sie, und zwar was für eines. Der eine wäre ohne uns nichts, weil er parodiert und karikiert. Und Sie sind gemeinsam, unausstehend, schlagbar, unschlagbar. Super Typen, gute alte Freunde. Hier sind die multiple Persönlichkeit des weißen Kabelets und des fleischgewonnen Nemesis von Angela Merkel. Helmut Schleich und Urban Priol. Ja, meine Güte, Elmar, der ist so, ich sage, der ist tot, wenn man hier rauskommt, was werde ich diese Melodie vermissen? So, jetzt müssen wir auch noch, ne? Ja, mir jetzt auch noch. Es gibt aber auch so vieles, worüber man reden müsste, gerade heute. Wie heute, wie heute, wie heute, wie heute Morgen, wie die geguckt hat, der Albtraum Europas, also unsere Kanzlerin, nachdem der EU-Gipfel versendet war, wie die auf ihre eigenen Mundwinkel gedreht, es war herrlich. Aber es gibt so viele, es gibt so vieles, was wir in Griechenland zum Beispiel. Ja, Nahost, Gaza, Hamas, Fernost, China und natürlich Fischer. Ja, genau, der. Noch nicht ein Wort hat man von diesem Depp gehört, über diesen Verhandlungen, was herbeigeredet wird mit dieser schwarz-grünen Kokoalizio. Ein Albtraum. Ja, das werden heute jetzt auch nicht so wahnsinnig interessieren. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und er hält er sich mit dem Schröder gerade wieder über seine Energieberater. Es geht hier nicht um den Turnschuhfischer, es geht um den Ottfriedfischer. Ottis Schlachthof. Priol, ich glaube, Sie verfehlen gerade das Thema. Ja, stimmt ja, natürlich. Wir sollen ja heute alle auch noch salbungsvolle Worte... Jetzt ist ein Zehnerl gefallen. Der Ottfried! Der Ottfried! Der Ottfried! Der Ottfried, ja. Aber ich glaube, Urban, wir zwei sind einfach viel zu klein, um eine Persönlichkeit vom Format Ottfriedfischer angemessen in diesem Rahmen... Viel zu klein? Viel zu klein, eigentlich ganz andere. Ganz andere, Sie meinen, gewissermaßen. Ja, siehst du, Leute von Gewicht. Wenn ich nur daran denke, wie diese rote Kanalratte Opfriedfischer damals in meinem Namen bei diesem Waldheim angerufen hat. Ein Skandal erster Kajüde war das. Ja, stimmt. Bei dem österreichischen braunen Präsidenten im Sackgesicht. Eine Unverschämtheit. Hätte ich ihm am liebsten persönlich, hätte ich ihn in den Schlachthof geführt, diesen Fischer. Aber was in den Schlachthof, in eine Abdeckerei, hätte ich ihn am liebsten geführt, mein Lieber. Das ist ein Fischer damals da. Ne, wahr? Und jetzt? Jetzt ist es ja Selbstbaldgeschichte. Der Waldheim. Ja, der sowieso. Aber auch der Ottfried. Was macht denn der jetzt eigentlich ohne seinen Stammtisch? Keine Ahnung. Der Waldi hat es ja auch geschafft. Sag mal, meinst du, dass der von der Post vielleicht auch so Briefmarke bekommt mit sich drauf, so wie ich? Briefmarke. Briefmarke. Briefmarke ist was für einen unterfrankierten Agersheimer. Der Ottfried Fischer kriegt von mir einen neuen Stammtisch. Einen Stammtisch in der Valhalla. Da werde ich gleich und sofort persönlich ein posthumes Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk am Telefon führen. Ja, aber beeil dich, bevor der Seehofer wieder anrufen lässt. Oder dieser Söder. Ja, oder der Dooprint, der solche Pappnasen überhaupt telefonieren dürt. Ja, aber da bist mir ja du auf der Briefmarke lieber wie der am Telefon. Aber Franz Josef, wir wollen doch den Ottfried loben und nicht mich. Was machen wir jetzt ohne ihn? Schau, weiter. Immer weiter. Da fehlt die Fußnote. Der Spruch ist geklaut. Der ist vom Oliver Kahn. Oh, das tut mir leid. Das darf man einem alten Sechziger wie dem Ottfried nicht antun. Was? Sechzig ist der auch schon? Sag einmal, Helmut, du kriegst langsam überhaupt nichts mehr mit, oder? Demenz sana in corpo resano. Wie der Lateiner sagt's. Ja, nein. Da sag ich lieber jetzt lieber, lieber Ottfried. Mein sehr geehrter Herr Fischer. Alles, alles, jetzt komm ich grad nicht raus. Alles, alles Gude. Ach so. Ja, richtig. Und jetzt? Jetzt gehen wir an den Stammtisch, du Trottel. Hallo, Jungs. Hey, hab ich die Erde. Ach, oje. Großstuhl, Dankeschön. Ach so. Nein. Aber no, ich mach. Oh, ich mach. Ach so.